Die Gruselzeit beginnt. Bekomme ich frei an Halloween? Bald ist es ja soweit. Halloween steht vor der Tür. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, handelt es sich hier um einen gesetzlichen Feiertag, der nach dem Entgelt-Vorzahlungsgesetz vergütungspflichtig eine Freistellung für die Arbeitnehmer vorsieht. Ein Glück, es ist wieder hell. Da fühle ich mich auch gleich wohler. Und damit können wir ja jetzt auch in die rechtliche Bewertung des Halloween-Falls einsteigen. Wie gesagt, Halloween wäre nur dann als Feiertag anzusehen, wenn es hier einen gesetzlichen Anspruch gibt. Viele wissen, dass am 31.10.2018, einem Mittwoch, Halloween ist. Was die wenigsten wissen oder immer weniger wissen, ist, dass es sich hierbei tatsächlich auch um einen Feiertag handelt, und zwar den sogenannten Reformationstag. Letztes Jahr haben wir das, glaube ich, alle mitbekommen, denn da war der 31.10. tatsächlich frei. Es handelte sich hier um einen bundesweiten Feiertag, und zwar aus einem ganz bestimmten Anlass. In diesem Jahr jährte sich nämlich zum 500. Mal der Reformationstag, sprich der Tag, an dem Martin Luther seine Thesen angeschlagen hat. Und zwar im Jahr 1517 war das der Fall. Und in den Gemeinden bzw. in den Bundesländern mit überwiegend evangelischem Bevölkerungsanteil gilt ja der Reformationstag, sprich der 31.10. tatsächlich auch als Feiertag. Jetzt muss ich kurz spicken, weil ich ja selbst aus Bayern komme, und bei uns gilt ja nicht, welche Bundesländer bislang auch diesen Tag als Feiertag haben. Das sind nämlich bislang gewesen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese hatten auch bislang schon den 31.10., den Reformationstag, nicht Halloween bitte, den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag für Arbeitnehmer in diesen Bundesländern, besteht und bestand natürlich immer ein entsprechender Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 2 Entgeltfortzahlungsgesetz. Hinzugekommen sind jetzt noch drei weitere Bundesländer, und zwar Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Diese haben, nachdem, wie gesagt, im letzten Jahr zur 500-Jahr-Feier des Reformationstags ein bundesweiter Feiertag vorhanden war, entschieden, in ihren Bundesländern diesen Feiertag ebenfalls zukünftig beizubehalten, sodass auch in diesen drei Bundesländern ab sofort der 31.10. der Reformationstag als Feiertag ebenfalls gehandelt wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das in den übrigen Bundesländern? Letztes Jahr war es ein Feiertag. Dieses Jahr ist es jetzt kein Feiertag. Damit, individualrechtlich, besteht natürlich auch kein Anspruch mehr. Aber stellen Sie sich folgenden Fall vor. Sie haben einen Arbeitgeber, einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsleitung, die ist ein begeisterter Halloween-Fan. Jedes Jahr an Halloween, große Halloween-Party, wie unsere liebe Heidi Klum, die ja auch Halloween sehr, sehr gern feiert. Oder aber wir haben hier einen sehr stark praktizierenden Christen, der wirklich den Reformationstag immer auch feiert und würdigt. Und der sagt, meine Mitarbeiter in meinem Betrieb haben an diesem Tag frei. Und das wird über Jahre hinweg auch so gehandhabt. Also immer am 31.10. völlig unabhängig davon, ob jetzt in diesem Bundesland ein Feiertag ist oder nicht, sagt der Arbeitgeber, bei uns ist am 31.10. frei. So, jetzt irgendwann wird dieser Geschäftsführer leider älter und die Geschäftsleitung wird ausgetauscht. Wir bekommen einen neuen Geschäftsführer. Und der neue Geschäftsführer, totaler Halloween-Muffel und auch kein praktizierender Christ, sagt, 31.10., was ist das schon? Das schaffen wir ab. So ein Lotterleben, das toleriere ich hier nicht im Betrieb. Die Arbeitnehmer, die kommen mir in den Betrieb, die sollen arbeiten, bevor die sich da alle so komisch verkleiden und rumlaufen wie irgendwelche Zombies. Nee, 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 die kommen mal lieber zu mir. So, kann das der Arbeitgeber jetzt so einfach bestimmen und sagen, nachdem über 10, 20 Jahre hinweg immer ganz klar am 31.10. frei war, diese Arbeitnehmer kommen jetzt in den Betrieb? Nein, das geht nicht. Warum? Weil durch diese jahrelange Gewährleistung eines freien Tags am 31.10. eine sogenannte betriebliche Übung entstanden ist. Eine betriebliche Übung liegt nach der Rechtsprechung dann vor, wenn der Arbeitgeber eine einseitige Zuwendung mit einer dreimaligen Wiederholung gewährt und der Arbeitnehmer diese auch jedes Mal annimmt. Also sprich, wenn der Arbeitgeber in diesem Fall über Jahre hinweg, länger wie drei Jahre oder länger als drei Jahre, immer wieder gesagt hat, liebe Arbeitnehmer, ich gebe euch am 31.10. frei und die Arbeitnehmer alle gesagt haben, Mensch, das ist ja klasse, vielen Dank, dann entsteht ein Anspruch für die Arbeitnehmer, auch in Zukunft am 31.10. frei zu haben. Der Arbeitgeber hätte das nur unterbinden können, wenn er tatsächlich hier gesagt hätte, ihr kriegt zwar frei an diesem Tag, aber nur in diesem Jahr. Ich kann euch fürs nächste Jahr leider nicht versprechen, dass ihr wieder frei bekommt, weil ich noch nicht weiß, ob das von der den übrigen Gesellschaftern oder Ähnlichem entsprechend mitgetragen wird. Dann hätte er sich einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt hier einbehalten und dann entsteht keine betriebliche Übung. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann jetzt nicht der neue Betriebsleiter oder neue Geschäftsleitung hergehen und sagen, ich möchte das nicht mehr. Aber Achtung, liebe Betriebsräte, jetzt, wenn der Arbeitgeber schlau ist, geht er auf den Betriebsrat zu und sagt, lieber Betriebsrat, Mensch, wir haben doch da immer am 31.10. frei gehabt und diese tolle Halloween-Partys gefeiert. Lass uns das doch in einer Betriebsvereinbarung festhalten. Lasst euch da nicht täuschen. Der will euch da nichts Gutes, sondern der nutzt die Halloween-Euphorie aus, um hier ganz, ganz fiese Geschäfte mit euch abzuwickeln, weil eine solche Betriebsvereinbarung, die geschlossen wird, ist eine freiwillige Betriebsvereinbarung. Was wissen wir zu freiwilligen Betriebsvereinbarungen? Freiwillige Betriebsvereinbarungen haben keine Nachwirkung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine solche Betriebsvereinbarung abschließt und ihr schreibt nicht explizit rein, dass die Betriebsvereinbarung auch über die Kündigungsfrist hinaus Nachwirkung hat, dann kann der Arbeitgeber diese kündigen mit der entsprechenden Kündigungsfrist und dann entfällt der Anspruch. Jetzt sagt ihr, naja, aber betriebliche Übung, haben wir doch gelernt, Günstigkeitsprinzip, dann gilt halt wieder die betriebliche Übung. Nein, eine betriebliche Übung gilt nur dann, wenn keine Rechtsgrundlage bestand, also wenn nicht im Arbeitsvertrag, in der Betriebsvereinbarung, im Tarifvertrag irgendwas zu diesem freien Tag am 31.10. geregelt ist. Aber das war es ja. Es war in einer Betriebsvereinbarung dann gestanden. Also aufpassen, wenn der Arbeitgeber auf einmal zu euch kommt und sagt, ich möchte so eine einseitige Zuwendung, die ich über Jahre hinweg gewährt habe, wie zum Beispiel der freie Tag an Halloween jetzt auf einmal fest in einer Betriebsvereinbarung verankern. Denkt daran, es handelt sich um eine freiwillige Betriebsvereinbarung, die, wenn gekündigt wird, den Anspruch auch für die Zukunft für die Arbeitnehmer entfallen lässt, sodass ihr euch hier eine Nachwirkung entsprechend vorbehalten müsst und dann könnt ihr auch in Zukunft euch am 31.10. weiterhin auf Halloween-Partys gruseln. Wenn euch unser heutiges Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Daumen hoch, ein Like von euch oder ihr abonniert auch unseren Kanal. Schaut doch auch mal bei unseren weiteren Ratgebervideos vorbei oder schaut euch mal unsere Lernvideos an. Hier erfahrt ihr auch vieles Nützliches und Wissenswertes rund um die Betriebsratstätigkeit. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier unser Halloween-Special anzuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss und fröhliches Gruseln! Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich! Sei beim nächsten Mal wieder dabei! Bis zum nächsten Mal!